Und schon sind wir wieder zurück. Und was passiert jetzt? Wir legen nämlich direkt los. Oh nein! Nein! Das war's, Freunde. Wir gehen Game Over, denn diesen Sturz haben wir überlebt. Es ist unglaublich. Warum haben wir das überlegt? Niemand weiß es so genau, aber wir sind hohr unglücklich darüber. Boah! Okay, weiter geht's. Wir werden nicht geschont. Warum sollten wir auch? Oh nein, das ist eine ganz böse Stelle, denn das Wasser kommt von unten und ich eile mich und lasse mich nicht ablenken durch diverse Items. Das hat seinen Grund. Ich würde gerne ein Leben ergattern und das gibt's. Ja, das ist mir jetzt egal, wenn er mich drückt. Leider nur am Ende dieses Abschnitts. Ich hasse ihn übrigens. Ich hasse diesen Abschnitt, aber das ist ja wohl auch verständlich. Na super. Hier will ich das Leben haben. Hier ist ein Leben drin. Und auf das andere scheiße ich mal geflissenlich, denn die Fluten lassen nicht mit sich spaßen. Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Hahnkopf? Das ist ein Hahnkopf. Unglaublich. Was tut der hier? Der wirft mit Ninja-Sternen um sich. So. Bang! Der hat ja mal scheiß Hosen an. Schaut euch mal die Hosen an. Das war... Ist doch schon ewig nicht mehr in Mode, oder? Und die Frisur. Die hat es sich von Marge Simpsons abgeguckt. Aber sowas von. Autsch. Na toll. Und jetzt haut er uns auch noch. Ey! So geht das, fand ich Kumpel. Ja, der ist ganz böse, der Junge. Da ist ein ganz scharfer Hund. Oh nein, der kommt schon wieder. Mit seinem Fächer des Todes möchte er uns töten. Na komm. Töte uns halt. Trau dich nur. Trau dich, trau dich. Na los, komm runter. Komm runter, komm. Wow. Ah, Mist. Na, er kommt schon wieder runter. Der Typ ist sowas von hartnäckig. Mit seiner komischen scheiß Frisur. Es ist unglaublich. Werden wir ihn schaffen? Und wir haben ihn geschafft. Aber seine Frisur hält im Untergang noch. Genial. Haha. Sind wir gut, sind wir gut, sind wir gut. Nach nur zwei Minuten. Und vier Leben haben wir jetzt. Cool. Oh, ja. Fächel dir mal lieber Luft zu jetzt. Hier im Kampf gegen mich. Haha. Weißt du, bin ich toll? Ach, wir sind so gut. Wow. Was habe ich gesagt? Es hat nur vier? Nein, ich meine, es hat fünf Level. Dieses Spiel. Grandioser Titel für den Game Boy. Nach wie vor, finde ich, grandios. Macht einfach sehr viel Spaß. Und man kann so schnell sterben. Hier mache ich es einfach mal, dass ich das nicht nur bei einem Bossfight anwende. Wann bin ich gerade schlecht? Warum bin ich gerade so schlecht? Ich weiß es selbst nicht. So. Selbst dieses Vieh geht kaputt, wenn wir es nur einmal berühren. So. Hör auf mit deinem Beschuss. Na super. Da renne ich doch direkt mal hinein, weil das so schön ist zu sterben. Na. Der wirft inzwischen mit Bomben. Vorhin hat er doch mit... Autsch. Stirb jetzt. So. Jetzt müssen wir uns eilen. Da kommt gleich ein neuer. Na toll. Das sind rosige Aussichten. Ja, du kannst aber nicht weit werfen. Nein. Wir rennen durch. Da kommt er nochmal. So. Okay. Und jetzt, liebe Freunde, habe ich das Gefühl, dass ich ganz schnell sterben werde. Denn dieser Abschnitt ist so ziemlich der schwierigste im Spiel. Oh, das war jetzt echt doof. Ah, er hat nochmal davon gekommen. Denn das mit den Lasern ist so gemein. Wow. Der wollte mir einen ausschießen. Habt ihr das gesehen? Oh, mein Gott. Das bedeutet wohl gleich das Ende für uns. Oh, nein. Also, den Typen, den kann ich ja nicht ab. Da muss ich doch direkt nochmal das Feuerbällchen in Anspruch nehmen. Wir werden sterben. Ja. Oh, mein Gott. Das ist eine verfluchtzwickige, zwickige Lage. Oh, ja. Die Laserstrahlen sind auch auf Rente. Autsch. Aber es reicht, um uns zu ärgern. Warum auch nicht? Ole. Ah, das war Glück. Das war mehr Glück als Verstand. Aua. Na super. Boah. Und schon geht das Geblinge wieder los. Hier kurz vor Schluss. Äh. Das gefällt mir nicht. Oh, nein. What's up? Mist. Na toll. Okay. Wir geben nicht auf. Auch wenn dieses Geblinge einen sowas von nervös macht. Also, mich macht das immer so nervös. Da spiele ich doch direkt mal Scheiße. Runde, 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 runde. Oh, wow. Und gleich wieder hüpfen. Und jetzt. Oh, nein. Und das ist. Jetzt sind wir kaputt. Dann gleich nochmal. Wir haben ja noch drei Leben. Okay. Brauchen wir das. Wir brauchen das. Haltet mir die Daumen. Denn. Uah. Mit dem. Mit dem Level hier. Ist sowas von überhaupt. Oh. Ich vergesse mal, dass ich da links rüber muss. So. Mit dem Level ist nicht zu spaßen. Aber sowas von überhaupt nicht. Schwierig. Ganz schwierige Sache. Und jetzt kommt eine ganz doofere Stelle. Oh. Das war zu früh. Oh. Ich hab das einmal geschafft, ohne Level zu. Äh. Oh, ohne Level. Oh, ohne Leben zu lassen. Aber. Das kommt extrem selten vor. Es verleidet einfach zum Verrecken. Oh, nein. Werden wir mal schauen. Ob wir. den letzten Endpurs des Spiels schaffen. Es ist. Es ist. The Return of. Kennt ihr den noch? Das ist der Endgegner von Monster in my Pocket. Der verfolgt mich. Dieser Richt. Wow. Ui. Was tust du denn wieder hier mit deinem blöden Blitzen? So. Ich werd mich mal konzentrieren. Der ist nicht ohne. Der hat auch mehrere Formen, natürlich. Wir sind hier bei Ninja Gaiden. Bang. Ich werde versuchen, jetzt auch keine Extrakraft zu verwenden. Weil die zweite Form, die hat's einfach in sich. Bang. Ich hoffe, er verwandelt sich auch gleich. Na super. Das ist nicht gut, wenn er uns erwischt. Stopp. An den grüßigen Tod, Mensch. Stopp doch. Boah, jetzt hab ich ihn ja kaum erwischt. Na super. Oh mein Gott. Bleib mir vom Leib, Kumpel. Please. Hauen. Und noch ein Nachjagen. Yeah. Oh. Das ist... Oh shit. Da darf man gar nicht so viel nachdenken. Das geht jetzt eigentlich noch. Die Form, wobei die mir, ehrlich gesagt, Probleme macht. Aber schaut euch das jetzt an. Jetzt wird's richtig übel. Jetzt verballer ich auch direkt mal alles. Oh nein. Oh mein Gott. Das wird nix, Leute. Ich hab's noch nicht raus. Jetzt grad hüpfen. Und jetzt genauso. Oh, das war zu spät. Verdammte Kacke. Das ist nervig, ey. Das war zu spät. Mist. Okay, müssen wir nochmal hoch. Ich hoffe, wir schaffen's in dem Video noch. Bis ganz hoch. Oh, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So. Ja, super. Das geht gut los, Freunde. Das ist die perfekte Ausgangslage für den krassen Boss. Oh, ich fieber hier voll mit. Na, und wieder mal mach ich denselben Fehler, der mich jedes Mal ankotzt, dass ich ihn überhaupt mache. Na, schieß, schieß auf mich. Los, trau dich. Okay. Das hätten wir. Jetzt. Nein, schon wieder zur Frührunde. Oh, ich bin so wohl im Mund. Sorry, Leute. Und nochmal. Na, super. Na, okay, macht nichts. Okay. So. Aber an der Stelle müssen wir auch Schluss machen, weil... Ihr seht ja die Uhrzeit. Und ich sage, werden wir ihn schaffen oder nicht? Seht es im Grand Final. Adios. Vielen Dank.